Sie zeigen auch das Leben vor dem Knast der Menschen und die Persönlichkeit und ich denke, die Leute können sich gut damit identifizieren in irgendeiner Art und Weise und sie mögen die Emotionen, sie mögen das Harte, das Weiche, das was dazwischen passiert und ich denke, deswegen ist die Serie so beliebt. Es gibt Menschen in der Welt, die nicht Brian und Angelinos sind und sie haben noch eine Geschichte und sie haben noch ein Blick, das noch schön ist und sie haben noch ein Leben, das noch schön ist und Orange zeigt das. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.